Luca Kulti im 5S-Siege, im ersten Ritten schon 0-0 gestanden, er hat wieder über länges Spiel beim ersten Drittel und hat dann trotzdem kein Goal geschossen. Seid ihr euch erinnern an den letzten Heimmarsch auf Copiol? Nein, ich meine, wir haben jetzt nicht, dass wir viele Chancen kriegen und wir haben gewusst, dass wir den Match einzogen, warum kein Goal geschossen haben, wir haben sicher kein so-Match mehr und wir haben es sogar gezwungen und es ist gut geworden. Ein unfassbares Mitteldrittel, drei Goal. Wie ist die Stimmung der Fans? Wie wichtig war die Zeit, um weiterzumachen, dass wir am Schluss 5-1 gewonnen haben? Die Stimmung der Fans ist natürlich extrem wichtig. Wir haben gesehen, wie sie tobt haben und haben uns extra Energie nachgegeben, um das zulegen. Das ist super. Jetzt haben wir einen Sied eingeholt, noch zwei müssen wir holen. Was machen wir am Donnerstag in Davos, damit wir wieder gewinnen? Wir versuchen an diesem Spiel anzuknüpfen und einen Zack zulegen. Wir versuchen ein paar Verbesserungen zu machen. Luca Conti, vielen Dank. Vielen Glück haben wir uns. Vielen Dank.